Heute stellen wir Ihnen Daten vor, die ganz aktuell im New England Channel veröffentlicht wurden. Es geht um den Schutz vor Covid-19 durch eine Booster-Impfung mit dem Impfstoff der Firma BioNTech, dem BNT162B2. Hier auf der einen Seite die Studie von Bayonet und auf der anderen Seite eine In-vitro-Untersuchung zur Neutralisation BNT162B2 der dritten Impfung, der Booster-Impfung von Fallsee & Coworkers. Die dritte Dosis des Impfstoffes BNT162B2, die in Israel seit dem 30. Juli allen Menschen ab 60 Jahren, fünf Monate nach der zweiten Dosis angeboten wird, hat nach einer Analyse im New England Journal of Medicine. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Erkrankungen um mehr als das Zehnfache und die Zahl der schweren Erkrankungen um fast das Zwanzigfache gesenkt. Auch die In-vitro-Daten des Herstellers deuten auf einen deutlichen Nutzen einer Auffrischung hin. Israel war weltweit das erste Land, das mit einer Impfung der gesamten Bevölkerung begonnen hat. Ende März hatte die Hälfte der Einwohner die beiden vorgesehenen Dosen BNT162B2 erhalten. Die Tagesinzidenz fiel danach von 900 auf unter zwei pro Millionen Einwohner. Im Juni begannen die Zahlen wieder zu steigen. Ende August gab es täglich mehr als 10.000 Erkrankungen und mehr als 600 Patienten mussten wegen einer schweren Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Unter den Erkrankten waren noch viele Menschen, die beide Dosen des Impfstoffs erhalten hatten. Herr Goldberg von der Technischen Universität in Haifa und Mitarbeiter ermittelten als Grund einen nachlassenden Immunschutz. Älte Personen, die ihre zweite Dosis im März 2021 erhalten hatten, waren zu 60% besser vor einer Infektion und zu 70% besser vor einer schweren Covid-19-Erkrankung geschützt als Personen, die bereits im Januar durchgeimpft wurden. Das Gesundheitsministerium entschied frühzeitig den Impfschutz durch eine dritte Dosis BNT162B2 aufzufrischen. Seit dem 30. Juli können sich alle Einwohner ab 60 Jahren ein drittes Mal impfen lassen, deren zweite Impfdosis mindestens fünf Monate zurückliegt. Ende August wurde das Impfangebot auf alle Altersgruppen ab 12 Jahre ausgeweitet. Jetzt wurden die Auswirkungen auf die Zahl der bestätigten Infektionen und schweren Erkrankungen untersucht, die seither aufgetreten sind. Verglichen wurden Senioren, deren dritten Dosis mindestens zwölf Tage zurück lag, mit Senioren, die erst zwei Dosierungen erhalten hatten. Die Verzögerung von zwölf Tagen wurde unter der Annahme gewählt, dass es etwa sieben Tage dauert, bis sich ein Impfschutz aufbaut und weitere fünf Tage vergehen, bis es nach einer Infektion zu einer Erkrankung kommt. Die Ergebnisse fielen deutlich aus. Die Häufigkeit der bestätigten Infektionen war in der Boostergruppe um den Faktor 11,3 niedriger als in der Nicht-Boostergruppe, 95% Konfidenzintervall 10,4 bis 12,3. Die Häufigkeit schwerer Erkrankungen war in der Boostergruppe um den Faktor 19,5 niedriger als in der Nicht-Boostergruppe, hier auf 95% Konfidenzintervall 12,9 bis 29,5. In einer Sekundäranalyse bestätigte sich die Annahme, dass die Wirkung erst nach einer Frist von etwa zwölf Tagen einsetzt. An jedem Tag während des Zeitraums von zwölf bis 25 Tagen nach der Auffrischung lagen die Infektionsraten um den Faktor 7 bis 20 niedriger als in der Vergleichsgruppe ohne Boosterung. Dieses verzögerte Eintritt in der Wirkung spricht gegen Verzerrungen, die sich etwa daraus ergeben könnten, dass sich Menschen, die sich für eine Boosterung entschieden, insgesamt vorsichtiger verhalten und deshalb ein niedrigeres Infektionsrisiko haben. Ein nachlassender Impfschutz war auch unter frühen Teilnehmern der klinischen Studie zu beobachten, die der Hersteller bei Ontik-Pfizer für die Zulassung durchgeführt hat. Im BNT 162b2 hatte in der Zulassungsstudie für die Zeit vom Tag 7 bis 2 Monate nach der zweiten Dosis eine Impfstoffwirksamkeit von 95% erreicht. Sie sank zwischen dem vierten und sechsten Monat auf 84% ab. Dies war noch vor der Dominanz der Deltawelle. Der Hersteller hat deshalb in einer Laborstudie untersucht, ob eine dritte Dosis die Antikörperantwort verbessern kann. Insgesamt 23 Teilnehmer aus der Phase 1 der Zulassungsstudie erhielten 7,9 bis 8,8 Monate nach der zweiten Dosis eine dritte Dosis. Nach der dritten Dosis kam es zu einem deutlichen Anstieg der Neutralisationstiter gegen den Wildtyp, gegen den der Impfstoff konzipiert wurde, aber auch gegen die Varianten. Der Titer gegen die Delta-Variante hatte bei 11 Teilnehmern im Alter von 18 bis 55 Jahren einen Monat nach der zweiten Dosis bei 241 gelegen. Einen Monat nach der dritten Dosis war er auf 1321 angestiegen. Bei den zwölf Teilnehmern im Alter von 65 bis 85 Jahren kam es zu einem Anstieg des Titas von 123 auf 1479. Eine ähnlich günstige Wirkung der dritten Dosis hat auch der Hersteller Moderna für seine Vakzine ermittelt. Moderna hat vor zehn Tagen eine Zulassung für die dritte Dosis bei der FDA beantragt. Eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Die US-Impfkommission will am 17.09.2021 entscheiden, ob sie eine dritte Dosis empfiehlt. Weiter Informationen und Ergebnisse ernehmen Sie in den aktuellen Publikationen im New England Journal of Medicine.